Weißt du, ich chill ihm gerade hier so, versuche was Mario Kart zu spielen, und dann kam ein Typ hin... Okay, also ich habe Mario Kart gespielt, und, 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 und dann kommt ein Typ mit, 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 mit einer Red Shell hart auf meinen Rücken. Okay, also ich war vorne, und dann hat er, hat, hat, hat er hinter mich gespielt. Also nach auf mich gespielt.